Ist der Herrlei fertig vom Kacken hier? Ne, da steht er immer noch so. Huuuuh. 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 Mann, hat er mich getreten jetzt? Na, irgendwas hat er gemacht, da. Schlimmski bimmski sind hier. Bummsdi. Bummsdi auf die Glocke so. Zick zack. Naja, man muss halt aufpassen, dass wenn der Bruch macht, dass man hier halt nicht davor steht, ne. Bruch. Ah, der Heiler. Ist wieder da. Wohl, wie unnütz der ist, ne. Keine Ahnung. Hm, hm. Jops. Wohl, wie ein Yepel oder so. Hm, hm, hm. Wohl eine? Wohl, ne, wohl, wohl. Und Fall. Ich lyn mir Perd. Augenstrahl herrscht so ey jetzt jede einzelne Gruppe hier irgendwie Ularock Klippenformer Alter Sack und Schlitz und Poppen So weg Anstrengung ist nichts Man kann ihn ja nicht angreifen wahrscheinlich muss man die alle umhauen Vermutlich mal, weil sie nicht, war noch nie drin Mh, Mh, Mh ... Mhmh... Ich brauch ein Ziel Ja, weil der Typ ist schon nicht mehr als Ziel verfügbar, war gut Scheiße Man muss mit dem Springen echt aufpassen, weil es auch hinter dem Land war Ja, du kannst aber natürlich springen, anstürmen und dann gleich irgendwie nach hinten drücken oder abbringen Muss man so ein bisschen üben halt Wo kann man den jetzt da, oder? Der Boss kommt Ich will, dass eure Helden sterben seht Ich glaub diese Götzen muss man zerstören, ja? Ja Ja Ich denke schon, ja im Prinzip ja alles was daneben kommt, muss weg, ne? Okay, das ist ja gut Was geht jetzt? Oh, hier irgendwie machen diese Götzen was Ich weiß nicht, ob die Schaden machen da oder so, ne? Jetzt kann man sie angreifen wieder Oh, da fällt was runter von dem Scheiß Oh Oh Mein Augenstrahl ging zu nehmen Aber ich denke mal man muss sich umbrekeln hier, sonst geht da gar nichts Ich bin außer Reichweite Scheiße Oh, da ist er will Ich bin außer Reichweite Ich bin außer Reichweite Schlag des Berges auf bla 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 Da wird er vorher die Hände Bin außer Reichweite Ich bin außer Reichweite Naja Die Klassiker mittlerweile, ne? Die Hände Naja Ja Naja 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 es hängt ja es wie gesagt die haben schon angegeben ob es probleme jetzt muss man einfach nur aufkloppen im moment oder so was holt das schon wieder ab, alter was soll denn das sein eigentlich wie schrepp denn der wau 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 wie ist er schon wieder wau 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 hast du вас bekommen? was gab's den? fragments bzw eat mhm fragment wat mhm wau will er sich da vorbei mogeln? das ist doch scheisse wieso bei dem weするens habe ich die는데e ihre so paar rennen Siehst du, die stecken da? Hallo! Wo ist der Würmer noch und so? Oh shit! Was? Wer kommt? Scheiße! Der kam aus dem einen, aus der Larve kamen so ein Vieh raus und so Ja, da müssen wir aufpassen, weil die machen den scheiß Boden voll mit dem Zeug, ne? Ja Alter, wie sie bringt den, bringt den bitte her So! Auferledig, rums die, bums die hier Die brände Geode, diese Geode nicht der Moni aus, ne? Oh, guck sie den Buster hinten an! Gott, ey, sieht der geil aus! Das kann ich nicht angreifen! Oh, ich will gar nicht wissen, was der alles noch macht, ne? Was frisst der? Der frisst uns auf? Mhm Weißt du? Äh, eher dich, ne? Hinter uns ist noch so'n Ding Ey, wieso gehen da schnell ran, man? Ich weiss doch gar nicht, was man hier machen muss bei dem Vieh Diener rufen, Ziel wechseln Äh, hinter uns, oder was? Hinter uns, oder was? Ah, jetzt... Ja Alter, da kommt ja überall diese Spucke und so, ne? Ja Oh nein, mein Augenstreifer fackt hier Jetzt ist das Ding wieder weg, jetzt ist er wieder da Aber ich glaube nicht, dass das Vieh der Diener ist hier So, mach mal, jaaa Das wird ein Weilchen dauern hier Das wird ein Weilchen dauern hier Shit Oh, du kotzt mich an Was du in den Wort bist, ne? Wieso häng ich da fest irgendwie in der Spucke? Damit du nicht reinläufst Also, da würdest du ja runterfallen rein theoretisch Oh, ich muss mal weg hier Übrigens meine Okay Okay Jups Scheiße man, hier ist jetzt mittlerweile echt Da wird ein bisschen knapper Mhm Aber hier ist gut Hier kannst du den anstürmen Und, äh, kommst du nicht an dem vorbei, ne? Alter Alter Jetzt ist gut, stirb Ne, wir müssen wieder die Diener da weghauen Echt 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 Diener Ich hab kein Diener Du bist so langsam, die waren schon weg Echt? Jaha Oh, ich bin tot Scheiße Bist du in die Stücke stehen? Ja, ihr lebt schon wieder Ne, ich bin gelaufen Ich war wirklich nur eine Sekunde drin Ich weiß ja schon fast gar nicht mehr wohin noch Gleich ist er dort Gleich ist er dort Da runter Ja Ich glaub ja Alter, ich hasse so'n dummen Spruch Der Damage ist nicht gut Gerade 110 geworden, weißt du so So Hier unten Gibt's denn da Dann seht ihr was passiert Wenn man sich gegen den Auserwelten Mit der Macht der Titanen stellt Oh, einer ist noch Ja Ja Wie du willst sonst wär vorbei Ich kotz nicht durch sowas Ich habe kein Ziel Ja 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 Aber hier Ja Da ist ja keine Woche draußen Verdammteäre dort Was? Was ist das? Mir fällt nicht viel Verzeihung, ich muss euch hier verlassen. Doch wisset, ich habe eure Taten mit Stolz verfolgt und bin sicher, der Hochwerf ist nicht der entscheidende Schwimmel, die fähig im Hinblick. Ich würde ihn gerne jetzt sterben lassen, ne? Ja, ich will aber nicht, dass er stirbt, denn ich will hier durch. Ja, ich weiß. Aber, äh, so Prinzip hier kann ich das nachvollziehen, ja. Ich finde den Schaden gar nicht so schlecht, mein Gott, was hat er da, warte, wie schnell sind die Dinger alle weggehen hier? Ich finde das geht schneller als in der ersten Inni. Ja, finde ich, viel, viel schneller. Einfach. Dargul. Den Unterkönig. Okay, der will erstmal alles clearen hier. Ey Kaiser, dein Damage ist echt, also... Weißt du, das sind so Zahlen. Äh, sind ja schon was Buchstaben. Ich bin gespannt, was er etwas zu bieten hat. Und so, ich hoffe nicht, nicht das Spiel. Ich hoffe, der macht nur ein bisschen Hupsi-Bupsi, ein bisschen Bulbul, ne? Also es ist einfach nur vor sich hin kloppt und dann... Ich so von mich hin lege. Hm. Ist dir was aufgefallen? Ne, was denn? Das ich, äh... Bei den letzten Adren haben wir hier gar nicht jemanden die Denkens gemacht. Weißt du, ne? Hm, wollte ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Im Moment eben, wollte ich nicht. Och man, ja. Gut, dass er Bescheid sagt. Okay, gehen wir ran. Ja, der macht das. Ziel wechseln, wo... Ach da, hier, Magma-Poma. Warum muss man hier viel Bodeneffekte, also aufpassen, ne? Oh, ich sehe gar nichts hier. Alter, was ist jetzt passiert? Wie? 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 Aber schöne Grafikeffekte. Mhm. Ich schieße, ich sehe mich nicht. Höhö. Geh zu Kristallstacheln, wo sind die? Oh, wissen wir nicht Da werden die anderen hingehen Wo gehen die anderen denn hin? Äh, weiß ich nicht Ich weiß nicht, wo Okay Okay Viel wechseln Alter, hier ist was los Hier ist ja richtig was los Alter, der hat ja noch viel Leben, ey Alter, sag ich oft, Alter Ich würde die alle rausschmeißen, die Leute Nups, ja Nups und Pups hier und Richtig, was ich gelesen habe jetzt, wie heiße drauf gut Trauf gut Trauf gut Trauf gut Die sind die Dinger hier hinter, die hinter ihm erscheinen Die Kistalldinger Ja Die glaube ich sind gemeint, ja Aber die sind nicht gut da Naja Aua Das haut ganz schön rein hier, ja Ja Was geht denn die Dinger nicht? Was geht denn die Dinger? Die Dinger Die Dinger Die Dinger Die Dinger Ja, schreib doch nichts, schreib doch nichts. Opfern. Opfern. Jetzt muss ich glaube ich mal kurz meine Hände entspannen. Ja. Okay, mein Popo tut schon. Na klar, danke für die Info. So. Ja.